Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Beauty Mama XL. Heute zeige ich euch, was wir am Wochenende alles eingekauft haben. Viel Spaß! Wir waren zuerst bei DM und anschließend bei Ikea. Bei DM ist es nicht ganz so viel geworden, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal alles auf einmal. Baby Love Windel. Preise werden wieder eingeblendet irgendwo hier oben. Also wir nehmen Baby Love oder Baby Dream, also einmal Rossmann oder einmal DM Windeln. Je nachdem, wo wir einkaufen, weil die Pampers New Baby oder Mini Windeln einfach zu arg stinken. Da dann gleich zwei Packungen. Ich hole mal die Tüte nach oben, weil sonst seht ihr mich immer nicht groß zu schwer. Dann ganz viele von diesen Dein Bestes Knabberwürstchen für Balou. Und zwar sind die ohne Getreide, weil er eine Getreideallergie hat. Und die sind bei unserem DM, der jetzt von uns aus entfernt, so eine halbe Stunde ungefähr entfernt ist, immer ausverkauft. Und wir waren eben am Wochenende in Nürnberg und da gab es diese ganz viele. Deswegen haben wir das ganze Regal leer gekauft. Die bekommt, jetzt lasst jetzt, die bekommt er immer als Belohnung, als Leckerlis einfach. Dann meine Lieblingsseife, die Milch- und Honigseife, die vertrage ich am besten. Baby Love Wasser. Wir hatten immer das von HIP, aber jetzt bekommen wir einfach mal das Baby Love Baby Wasser. Es ist eigentlich unnötig und man kann Wasser abkochen. Entschuldigung. Man kann Wasser abkochen, aber wenn man unterwegs ist, dann nehmen wir das immer mit. Zum Beispiel zu den Spiegel-Eltern, dann brauchen wir dem Abkochen nicht rumtun oder das abgekochte Wasser nicht mitschleppen. Oder auch wie wir in Hannover waren im Hotel, da haben wir auch Baby Wasser mitgenommen. Dann sind unsere Öltücher leer gegangen. Dann nehmen wir jetzt auch die vom Baby Love. Mit denen sind wir ganz zufrieden. Die sind sehr ölhaltig und die kleine verträgt es gut. Wir wechseln aber immer ab mit Öltüchern und Feuchttüchern. Und momentan sind wir beim Austesten von diesen HIP-Pflege-Ultra-Sensitiv-Feuchttüchern. Bis jetzt sind wir ganz zufrieden und da gab es eben diesen Vorteilspack. Dann diese Kosmetiktücher oder Pflegetücher. Haben wir zwei Packungen gekauft. Hier noch eine. Dann gab es ein Shampoo in treue Größe, weil die irgendwie Geburtstag kam, glaube ich. Oder ich weiß nicht genau. Von El Vital, das L'Oreal. Vibralogie Haarpracht-Aufbau-Shampoo. Das vertrage ich ganz gut. Das heißt, mein Ansatz fettet nicht so schnell nach und die Spitzen sind nicht so abtrocken. Also habe ich das mir wieder nachgekauft. Dann für die Wickeltasche von Baby Love die Feuchttücher 30 Stück. Nachfüllpackung von meiner Seife. Zweimal den Frosch-Flaschenreiniger. Der ist billiger als der von Nook und reinigt genauso gut. Kraftvolle Entfernung von Milch- und Essensrückständen. Hypoallergen und Bio-Qualität seit 1986. Also ich mag die Market Frosch. Ich habe da auch Pulsmittel zum Beispiel davon. Mein Mann mag gerne die Airwaves, die sie lila nehmen. Da lasse ich zwei Packungen rein. Also ich nehme keine Kaugummi. Ich kriege von Kaugummis immer Hunger. Dann Hygienetücher für die Wickeltasche. Einfach um, ja, Oberflächen. Wenn man irgendwie mal die Wickelauflage vergessen hat. Ich nehme sie aber auch zu Hause zum Desinfizieren von der Wickelauflage manchmal. Je nachdem. Und noch einmal Rasierklinge nachgekauft. Ich hatte ja das letzte Mal beim Einkauf diese gelben von Gillette. Aber die vertrage ich nicht. Da habe ich ganz doll Ausschlag an den Beinen bekommen. Und halt überall, wo ich mich rasiert habe. Und jetzt bin ich wieder zurückgegangen auf meine Sensitive. Weil die vertrage ich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, der Ausschlag geht bald weg. Weil das juckt nämlich ganz schön. Das war die M. Jetzt geht es zu Ikea. Das ist ein bisschen mehr. So, ich hoffe, das raschelt nicht zu laut. Ikea-Tüte. Wie immer dabei. Wir verwenden die immer für Pfandflaschen. Ja, dieser Serviettenhalter. Meiner ist kaputt gegangen. Deswegen habe ich einen neuen gebraucht. Finde ich sehr schön. Mit Rosen drauf. Macht sich bestimmt im Wohnzimmer ganz gut. Dann haben wir ein paar Sachen für die Kleine schon. Für die Beikost-Einführung gekauft. Und zwar ist unser Ikea ja eine Stunde ungefähr entfernt. Und da fahren wir höchstens zweimal im Jahr hin. Und deswegen habe ich da jetzt schon eingekauft. So, kleine Löffelchen für den Brei. Teller für so Obst-Snacks. Dann, wenn sie mal Obst essen kann. Kleine Becher, um den Brei darin zu füttern. Ein Ball. Dann einmal Geschenkpapier. Das ist so eins mit einem Biber. Ja, und lustige Figuren. Das ist quasi, finde ich, Geschenke für die Kinder im Pack. Also für meine Nichten und Neppen. Und eins mit Blumen und Ornamenten in Blau-Rosa. Für die Erwachsenen-Geschenke. Dann unsere gefühlte fünfte Dose. Wir haben schon ein paar verschenkt. Weil unsere Verwandten jetzt auch nicht so oft zu Ikea kommen. Ja, ich glaube, mein Neffe hat schon zwei bekommen. Mein Mann hat sie schon auf der Arbeit verschenkt. Und ja, ich tue da jetzt die Schnullers rein von der Kleinen. Weil sie hat mittlerweile so viele, auch unterschiedliche Größen. Und da packe ich jetzt die Schnuller rein. Eine neue Thermoskanne. Weil unsere andere ist nicht mehr dicht. Dann Handtücher. Mein Mann hat sich die grünen ausgesucht. Ich orange. Kann man nichts verkehrt machen. So, nochmal Becher. Da kann man auch für uns dann Eis zum Beispiel oder Nachfisch einfach rein tun. Dann einmal richtiges Besteck. Weil die Kinder sollen ja auch schon rechtzeitig lernen, mit Gabel zu essen und nicht nur mit Löffel. Oder auch mal was zu schneiden, was leicht zum Schneiden geht. Ja, deswegen auch richtiges Besteck. Und es hat einen sehr schönen, breiten Griff, finde ich. Und dann können es die Kinder leichter festhalten. Dann hat mein Mann natürlich rein. Für unseren Sommerurlaub oder für die Badewanne. So ein Schiff mit Schütteimerchen. Also diese Sachen hier oben kann man abmachen. Und dann Schütten, Wasserschütten in der Badewanne. Dann habe ich mir Eiswürfelbehälter gekauft. So einen Silikon mit Blümchen. Die hat mein Mann rein. Neue Kochlöffel aus Holz. Also ich verwende die aus Holz eigentlich ganz gern. So, jetzt Teelichter. Die von Ikea sind ganz gut. Die rauchen nicht so arg und brennen eigentlich ganz okay von der... Also die brennen ordentlich lang, sagen wir mal so. Jetzt habe ich ein kleines Platzproblem. Ich muss mal kurz abtauchen. So, dann habe ich zwei von diesen Einmachgläsern gekauft. Und zwar brauche ich die für ein Video. Ein Rezept. Und das... Normalerweise mache ich das für mich zu Hause immer in einer Topaschüssel. Aber die Topaschüssel ist ja nicht durchsichtig. Das heißt, ihr könnt die verschiedenen Schichten nicht sehen. Deswegen lasst euch mal überraschen, was ich mit euch quasi koche. Weil ich werde euch das zeigen und habe extra die Gläser gekauft, damit ihr das auch schön erkennen könnt. Das wird irgendwann demnächst, wenn ich mal Zeit habe, das wieder zu machen und die Kamera mit in die Küche zu nehmen, werde ich euch das dann filmen. Und dann kommt es auf meinem Kanal online. Ja. Und dann seid gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr lecker. Und gesund. Und dann für unsere Küche zwei solche Haken. Wir haben in der Küche beim Spülbecken diese Haken oder diese Stangensysteme von Ikea. Und damit wir zum Beispiel die Flaschenbürste zum Trockenen aufhängen können, haben wir neue Haken gebraucht. Zwei Pappungen. Noch ein kleiner Holzkochröffel. Große Streitröße, damit man sich die Finger nicht verbrennt. Ja, genau für diese Einmachgläser noch Dichtungsringe. Und zuletzt, nee, nicht ganz zuletzt. Ein, was haben wir noch? Diesen Kuchenglasurpinsel. Also für den Kleinen nehme ich immer gern für Muffins, um die schön zu klassieren. Und den Großen natürlich dann für den Kuchen. Da habe ich eigentlich dieses gleiche Set erst gekauft gehabt, glaube ich. Das letzte Mal bei Ikea war. Habe es meiner Mama ausgeliehen und jetzt ist es irgendwie spurlos verschwunden. Also den Großen habe ich noch, den Kleinen aber nicht mehr. Deswegen habe ich es nochmal neu mitgenommen. Kann man auch sehr schön in der Spülmaschine reinigen. Und das ist jetzt das letzte. Und zwar aufladbare Batterien. Weil die Batterien von unserem Telefon nämlich kaputt gegangen sind. Und die von Ikea tun es auch. Ja. Das war's. Ich muss jetzt das Chaos hier wieder aufräumen. Zwei Sagen habe ich noch vergessen. Und zwar einmal die Orchidee. Wie immer, wenn ich bei Ikea bin, kaufe ich eine Orchidee. Einen von diesen tollen Blumentöpfen. Und diesen Hocker, den ich als Tisch verwenden werde. Oder auch wenn mein Mann mit ins Zimmer kommt. Dann kann er sich da auch drauf setzen. Ja. Der passt gut zu unserer Wohnungseinrichtung. Beziehungsweise Kinderzimmereinrichtung. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über Kommentare, Abos und Daumen nach oben. Freue ich mich natürlich immer. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich das sage. Eigentlich ärgere mich immer selber über die YouTuber, die immer sagen, Daumen hoch. Jetzt habe ich selber gesagt, macht ihr nichts. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Also ihr könnt mir damit eine Freude machen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mal schauen, was es wird. Ich habe ein paar vorgedreht, weil ich mit der Kleinen nicht immer so Zeit habe. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis bald, meine Lieben. Tschüss.